so hallo und herzlich willkommen zurück zu ein paar weiteren folgen jetzt weiß ich was ich machen soll nämlich erstmal abwarten bis er hier weg ist und dann alle rein müssen alle einheiten da irgendwie so reinstecken jetzt stecken wir alle in dieser kugel in seinem kopf und können das ding steuern und jetzt können wir auch den anderen kopf einfach abreißen zack peng so ein kopf haben wir ab beziehungsweise zwei glaube ich oh wow so okay Ich bewerfe ihn und immer schön zurückstrahlen. Und dann kann ich mir diese Explosiv-Dinger nehmen und ihn damit abwerfen. Ich habe doch B gedrückt. Naja, okay. Weg damit! Ich glaube, er, er, beschießt, oh mein. Hey! Hey, nein, wo sind sie alle hin? Jo! Ah, dann springe ich zur nächsten Plattform, das ist cool. Oh, er, er strahlt wieder. Das Rückstrahlen, so. Wirf ihn! Und rüber springen! Er ist kaputt, er ist kaputt, er ist kaputt! Und nun? Nimm dir das Teil! Ah! Oh, diese Quicktime-Sequenzen! Ah! Sind wir auf der Statue? Wups! Und, zurückstrahlen! Das Schwert kann zurückstrahlen! Ich scherze mal, das ist richtig so. Peng! Oha, alle drei Köpfe ab! Oh, ohne Köpfe kann er trotzdem weiterkämpfen. Oha! 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 Machen wir mal ein richtig großes Schwert. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Deswegen... Ah, jetzt kann ich gegen ihn kämpfen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss ihn abschießen, wenn er mir nahe kommt. Jetzt zum Beispiel. Oder ich brauche die... ...ne dicke Faust. Hä? Hä? Ah, hier. Moment. Hast du so ein Leuchting? Das ist so ein Leuchting. Ich check es nicht! Schon wieder! Muss ich vielleicht noch ein Schwert dagegen machen? Oh, mein Akku ist glaube ich alle. Zum Gamepad? Zum Gamepad? Wut? Zum Geschenk! Heng! WOah! WOAH! Ai-tsa! wie krass das einfach ist er kann sich einfach wieder zusammenflicken oder wie er hat noch mini ok Jo, die Statue haben wir gerettet. Bevor die Laser-Teleportation. Roger! Er ist ein Student in meiner Klasse. Sein Name ist Luca. Ich liebe diese Klasse. Ich liebe sie! Nein, stecken sollen. Gucken wir uns die Statistiken eben noch an. Vielleicht wird das auch einfach ein bisschen... Die Folge, ich zeige euch gleich vielleicht noch ein bisschen was. Und dann schauen wir mal. Die Folge wird dann halt etwas kürzer als sonst. Macht aber nichts. Kommt aufs Gleiche hinaus eigentlich. So, wir schauen mal, was wir im Inventar haben. Wir haben hier so... Heal-Dinger. Extras haben wir. Autopilot, was macht das? Ach, Moment, das steht auf dem Gamepad. Okay, also... Autopilot, der kämpft irgendwie von alleine. Schlägt da von alleine zu? Keine Ahnung. Hier, äh, Kronkorken. Das sind so Achievements wahrscheinlich. So, so Abzeichen halt. Wunder-Figuren? Ich hab noch gar keine. Scheint ja ganz schön viele zu geben. Items halt, äh... So, Stuff. Wunder-Zeugs halt. Wunder-Datenbank. Hier sind die ganzen... Ich hab grad nur die... ...die Liste von Wunder-Red. So, haben wir durchgelesen. ...Geth-Druck-Datenbank. Die ist noch unter Verschluss. Äh, das haben wir ja alles schon nachgeguckt. Mixer, genau. Mit dem sollte ich mich vielleicht auch nochmal befassen. Damit kann ich... Äh, da kann ich Essen zusammen mixen, glaube ich. So Zeugs. Und dadurch Items herstellen. Sollte man sich vielleicht ein bisschen, ähm... ...hineinarbeiten oder so. Ähm, ja. Das war's aber von mir auch schon. Für diesen Part. Wir haben die Operation 1 komplett durch. A, B und C. Und sehen uns in der nächsten Mission wieder. Operation... ...zwei. Null, null. Zwei. Zwei. Zwei.